Hey, meine Herren, Borken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Minecraft zusammen mit Ebro. Sie springt ein für Elina, die gerade unterwegs ist, aber wir haben was mega fettes anzukündigen. Und zwar auf meinem Minecraft-Server, rendymc.de. Die IP blende ich euch hier jetzt einfach mal ein und die ist auch in der Videobeschreibung. Haben wir einen neuen Spielmodus und zwar den kennt ihr alle, Hide and Seek OP Battle. Also und zwar Hide and Seek anschließend kann man für die Punkte, die man sich verdient hat, Waffen und Rüstung kaufen, extra Herzen und so weiter. Und dann gibt es ein episches Battle. Das heißt, genau wie in meinen Aufnahmen, das könnt ihr jetzt auch alle zocken. Dafür gibt es eine Premium-Beta, später natürlich offen für alle und auch ein Sale mit 20% Rabatt auf alles im Shop. Also checkt das auf jeden Fall aus, Leute. Wir legen los. Let's go mit der Runde. Let's go, die Runde beginnt. Wir müssen uns ein Versteck suchen. Okay, was ist das hier für eine wilde Baumstadt, Schlucht-Baumenheimer. Okay, nur noch 30 Sekunden. Wo verstecken wir uns? Oh, ich weiß gar nicht. Oh, hier ist, glaube ich, geil, oder? Wartet mal, jetzt hier. Man kann sich auch hinlegen und hinsetzen. Hier, jetzt sitze ich. Moin. Und jetzt liege ich. Moin. Da gucken meine Beine raus, das ist gar nicht gut. Äh, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, wo ich bin. Ich mach hier, ich mach hier, Leute. Ich setze mich hier hin. Ja. Ich glaub, hinsetzen ist besser als hinlegen. Okay, wer sucht? Wer ist der Sucher? Sieht man das? Nee, sieht man gar nicht, ne? Ah, doch. Äh, der, die Person, die keine Flagge neben dem Namen hat. Ah. Arian sucht. Aber er hat noch keinen gefunden. Jemand an den Flaggen rechts erkennt. Doch, er hat einen gefunden. Henry hat er gefunden. Zwei. Okay, okay, was ihr wissen müsst, Leute, jetzt suchen beide zwei Sucher jetzt. Das heißt, jeder, der gefunden wird, wird selbst zum Sucher, damit man jetzt keine Langeweile hat beim Zugucken und so weiter. Das heißt, das wird jetzt ziemlich viel Action machen. Wenn sie noch einen finden, sind es schon drei und dann wird es schon heftig schwer, hier zu überleben. Je besser man überlebt oder je mehr Leute man findet und so weiter, desto mehr Punkte bekommt man. Klar, kennt ihr alle, kann man dann im Shop ausgeben. Und ich würde mir wünschen, Ebro, dass du gefunden hast. Oh, da ist Henry. Er ist bei mir vorbeigelaufen. Mit seiner netten Regenbogenausrüstung da, die hat. Ebro, du hast gefunden, oder? Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Je mehr gefunden werden, desto mehr Punkte bekommen wir nämlich. Das ist das ganz Wichtige. Das heißt, sie müssen jetzt möglichst viele finden. Nur noch zwei Minuten. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Du bist aber in meiner... Weg, weg, weg. Oh, Arian ist bei mir in der Nähe. Hilfe, 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 Hilfe. Hat der nicht? Läufst du weg? Ja. Lauf einfach zu dem anderen, wenn du jemanden findest. Er hat mich aus den Augen verloren. Och, nee, jetzt, oder? Ey, wie kann man so viel Glück haben? Er hat mich ehrlich aus den Augen verloren. Och, Mann, Leute, findet doch jetzt jemanden. Das Leben noch voll viel. Das ist immer drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Noch neun, glaube ich. Och, nee, jetzt, oder? Och, nee, jetzt, oder? Findet er dich? Nein, er hat mich gefunden. Ja, ich finde dich jetzt noch. Pass auf, ich habe noch eine Minute, Ebro. Du bist fällig jetzt, ey. Och, nee. Hast du gesehen, wo ich war? Nee, habe ich nicht. Oh, Mann, ich habe voll wenig Punkte jetzt gemacht. Das ist voll blöd. Mann, ey. Ich konnte nicht wegrennen wie du, weil das war ein geschlossener Raum. Oh, gut. Ich habe ja eine Vermutung, wo viele sind. Dann gehe ich direkt mal hin, Leute. Ich kümmer mich auf der Map aus. Ich bin Experte. So, und zwar hier jetzt. Okay, wo ist die Stelle? Jetzt müsste ich die nur wiederfinden. Ich glaube, die ist hier oben. Oh, Arjan rennt an mir vorbei. Du weißt schon, dass ich sehen kann, wo Arjan ist, oder? Oh. Aber ich weiß, du warst glücklich. Oh, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Ich habe einen. Ja, Natti habe ich. Ja, jetzt wären es schon viele Sucher. Jetzt geht schon Action ab hier. Oh, nee, es wird schwer. Okay. Jetzt sind 20 Sekunden. Hier unten ist hier unten jemand. Oh, hier unten vielleicht hier in diesem Raum ist hier jemand. Ach, nee, das ist ja mein. Ist das mein Versteck? Nee, aber irgendwie sieht es so ähnlich aus. Hier auf dem Dings, nee. Auch noch 10 Sekunden. Du wirst überleben. Du hast so einen Lack. Oh, jetzt sind es schon gar nicht mehr so viele. Jetzt ging es ganz schön schnell. Ende. Ja. Oh, Mann. Ich bin letzter? Warum bin ich letzter? Ich bin letzter mit Abstand. Ja, du hast niemanden gefunden. Doch, ich habe jemanden gefunden. Noch 10 Sekunden, ey. Wo soll ich mich denn verstecken? Ich habe gar keine Ahnung. Hier auf dem Dach oder so? Ich weiß auch gar nicht, wo. Ich verstecke mich einfach hier. Ich bin Sucher. Ach, du? Hey, hier ist jemand in mir drin. Das ist Robin, glaube ich. Nee, das ist nicht Robin. Oh Gott. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo verstecke ich mich denn jetzt? Ey, der hat mir mein Versteck geklaut. Ich habe jemanden. Ich habe Basi. Ich habe Basi. Ja. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Das ist gar kein gutes Versteck, Leute. Nee, 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 nee. Okay, wir versuchen hier und hier. Hier. Ich habe gar kein gutes Versteck, Ebru. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich gefunden werde. Ich bin letzter. Ich muss ja hier auch Punkte aufholen. Also, ich habe einen Notfallplan, falls ich gefunden werde. Und das ist genau jetzt. Ja. Oh nein, unter dir, Ebru. Kill den anderen. Kill den anderen. Oh. Was hast du gemacht? So, unter? Tschüssi, Ebru. Oh Mann. Weil ich so richtig schlecht den anderen direkt verraten habe. Aber das ... Also, ich wollte jetzt nicht damit aussagen, dass da noch jemand an der Stelle versteckt ist, Ebru. Aber du solltest da vielleicht mal genauer nachgucken. Ich habe jemanden. Ich habe jemanden. Ja. 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 Ja, ja, ja. Wieder Henry, der Arme. Okay. Ach, es sind gar nicht alle im Scoreboard. Ich bin gar nicht letzter. Es haben ... Knapp. Das war gerade sehr knapp, was ich hier gemacht habe. Ich bin gar nicht letzter. Es sind viele mit 50 Punkten. Es passt nicht alle im Scoreboard. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ich habe jetzt so aufgeholt. Es leben voll wenige nur noch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, hohohoho. Ich habe das Master versteckt. Ebru, ich gewinne. Wo bist du denn? Oh nein, weil ich es jetzt verraten habe, werde ich locker gefunden. Oh, jetzt bitte hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Oh, lass mich sie schlafen. Ebru, find jetzt immer ein paar Leute. Bitte danke. Wo ist die? Oh, jetzt find sie. Komm, los. Hopp, hopp, hopp. Greeny musst du auch noch finden. Und Playrate. Die haben alle noch voll viele Punkte. Ist Lord Barsi clever genug, mein Gesteck zu ... Gesteck, ja. Mein Versteck zu durchschauen. Nein, der ist auch blöd. Der vierte, der mir vorbeigelaufen ist. Nein, ich wurde von hinten. Oh, ich wurde gefunden. Ach, Mann. Aber ich habe gut durchgehalten. Mann, hättest du mal Nati eher gefunden, ey. Ja, nee, es ist eben noch drei. Kannst du nicht zielen. Drei? Oh. Ja. Ups. Oh, ich stand einen Schritt vor ihr jetzt gerade. Ich hätte sie no joke zwei Sekunden später gefunden. Ach, nein. Wo verstecken wir uns? Ich darf es Ebru nicht verraten. Nicht, dass es die Sucher wird. Und dann bin ich fällig. Oh, ich habe, glaube ich, nur noch zehn Sekunden, Leute. Äh, äh, hier, hier ist gut. Nee, nicht gut, nee, nicht gut. Wir nehmen hier. Hier nehmen wir. Leute, wir setzen uns hin. Zack. Nee, äh, hallo, setz dich doch hin. Dankeschön. So, ja, das passt. Okay, let's go. Und? Du bist so einer ist genau vor mir und ich bin Sucher. Du bist so fällig. Oh, ja, ich habe einen direkt. Oh, das war auch noch Play Rage mit der übelsten krassen Punktzahl. Tja, das war wohl ein Reinfall für dich, mein Guter. Oh, das ist mega stark jetzt für mich, dass ich ihn so früh gefunden habe. Weil dann halt, das heißt, er sucht jetzt auch voll lang mit mir. Play Rage ist, oh, zack. Hast du den? Ja. Oh, Henry ist, glaube ich, der letzte. Oh, der wurde immer so früh gefunden. Okay, Leute, wir haben noch einen. Nice. Das gibt fette Punkte für mich. Oh, ich hoffe, ich werde nicht gefunden, bitte, wenn nicht finden. Ben, ich will ja nichts sagen. Bist du an mir? Da ist jemand, ich habe jemanden. Was interessiert mich, was du laberst? So, ich habe hier jemanden. Oh, ich habe das hier nicht drauf. Du bist vorhin an mir vorbeigerannt, das wollte ich sagen. Ja, mir doch egal, ich habe Greeny. Oh, Greeny war Spitzenreiter, habe ich. Ich habe beide Spitzenreiter gefunden. Wo sind meine Bonuspunkte? Ja, vor einer Weile. Ich sage aber nicht, wann. Ich habe extra gewartet, bis du etwas weiter weg warst. Ich habe doch jetzt schon vergessen, wo ich langgelaufen bin. Ich werde gleich gefunden, sicherlich. Das habe ich mir da nicht gemerkt. Ey, das leben echt noch ein paar. Wir haben auch noch zwei Minuten, Leute, alles gut? Also, ein Tipp, ich bin auf Gras und weit oben. Gras und weit oben. Neben einem Haus, ja. Aber du hast leider nur noch fünf Sekunden. Ich bin in Gras, ich bin weit oben. Drei, zwei, eins. Oh, du warst locker. Ich war hier, ich war in deiner Nähe sogar. Okay, ich habe mich ins Mittelfeld vor. Oh, du bist einfach Erster. Genau, hier war ich. Oh, da bin ich echt vorbeigelatscht. Ja. Du bist einfach Spitzenreiter. Okay, jetzt kommen wir zum Einkaufen. Wir können einkaufen. Shop. Wir kaufen uns ein Diaschwert. Okay, wir kaufen uns Full Diaschwert. So, wir haben Essen. Essen muss man sich auch kaufen. Ähm, Extraherzen ballern schon gut rein, Leute. Wie viel kostet Verzaubern, Ebru? Äh, C. Habe ich bekommen? Haltbarkeit. Schärfe, okay, schön. So, was habe ich bekommen? Schutz, jawohl. 30. Jetzt kann ich mir noch ein Extraherz kaufen. Da kommt ein Extraherz. Äh, zack, okay. Ich habe zwei Extraherzen Full Diasch mit ein bisschen verzaubert. Genug Essen. Äh, das sollte doch jetzt schief gehen. Ben weiß, was ich auf meinem Schwert habe. Schärfe 2. Ja, aber ich weiß, dass mir gerade jemand hinterher rennt. Oh, Unbreaking 2. Dann habe ich noch, äh... Warte, ich kämpfe. Warte, Ebru, ich kann mich nicht konzentrieren. Oh, den habe ich aber gegeben, Leute. Den... Ja, haha. Ja, nicht mit mir, mein Lieber. Weg mit ihr. Zack. Und da ist der Nächste. Und der Greenie, der war das Erste. Oh Gott, da ist der Nächste. Der hat eine Potion, Leute. Ich renne weg. Ein Goldapfel ist das oder so. Oh, ich habe gar nicht zugehört, Ebru. Was hast du? Oh nein, au, ich bin tot. Was? Ähm... Wenn du stirbst, dann bitte gegen mich. Ich brauche deinen Staffel. Oh, okay. Schärfe 2. Fire Aspekt 1. Knockback 1. Und sogar noch Unbreaking 2. Oh, Eisenbewahrt, er hatte Internetprobleme. Oh, ich glaube, der hat sich auch... Hatte der viele Punkte? Glaube nicht. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Der hat irgendeine Verbrennung. Und ich brenne. Oh nein, ich hätte mir irgendwas mit Feuerresistenz kaufen sollen. Ich habe ihn, okay. Kriege ich Eisenbewahrt. Oh, ich habe Double Kill. Okay, sehr schön. War ein bisschen abgestoppt, Leute. Ich gebe es zu. Ich habe nur noch 7 Brot. Oh, da ist er. Er hat noch ein Leben, Leute. Wir holen ihn uns, wir holen ihn uns. Und... Komm! Er critet mich weg! Ja, ich habe ihn. Okay, Leute, das wird, glaube ich, unser erster Tod. Aber ich gebe mein Bestes. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, ich esse ein Brot, Leute. Sie rennt weg. Sie ist auch low. Okay, wir haben Regeneration jetzt mit dem Brot. Aber ich habe Angst, dass sie mich jetzt killt, Leute. Aber alles oder nichts. Ich habe jetzt halt auch echt... Ich will mein Brot nicht verschwenden. Ich habe nur noch 6. Leute, es gibt jetzt einen Tod. Oh, ich habe Greeny nach vorne hingekillt. Ich hatte ein halbes Herz. Wie kann man so viel Glück haben, Alter? Ja, ich mische mich mal nicht bei euch ein. Oh, wer gewinnt das, Leute? Wer gewinnt das? Oh, schnell einen goldenen Affe essen. Oh, wer gewinnt das? Ebro oder Play Rage, Leute? Ein episches... Oh, 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 oh. Abstauben. Ähm. Bist du low? Locker nicht, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Oh, nein, Leute. Wir sterben gegen Ebro. Das ist krass, was du hast. Oh. Oh, Kombo. Das war so knapp. Ey, das darf nicht wahr sein, dass ich... Aua. Und jetzt wirst du abgestaubt. Ich werde dich abgestaubt, nein. Okay, Leute, Killer, Natti, Leute. Die schnappen wir uns. Jetzt ist genau der richtige Moment für mich angekommen. Um abzustaubeln. Nein. Ja, das ist... Oh, mein Gott. Das war eine sehr schöne Runde. Hier sind übrigens die Schilder. Die könnt ihr über den Kompass hier Heinen Sieg ganz einfach erreichen. Join auf rendymc.de und zockt eine Runde. Wird mich freuen. Liked auf jeden Fall das Video, wenn ihr wollt, dass wir ein Gewinnspiel machen, wo wir ein bisschen Premium verlosen können, dass ihr alle auch Heinen Sieg mitzocken könnt. Abonniert meinen Kanal und klickt jetzt auf das Video, um die offizielle Minecraft-Playlist zu erreichen, plus zum angesagtesten Video zu kommen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss. Tschüss.